Für die Neonatologie suchen wir engagierte, ausgebildete Pflegefachkräfte. Vielleicht wäre das auch ein Job für dich? Das Unispital als Arbeitsgeber umfasst für mich sehr gute Rahmenbedingungen. Es ist abwechslungsreich, man muss immer wieder dranbleiben, dass man auf dem aktuellen Wissenstand bleibt, weil sich auch mit dem medizinischen Fortschritt viel Neues ergibt. So bleiben auch die grauen Hirnzellen, fit und ich. Wir legen Wert auf eine gute, interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit. Neonatologie arbeitet sehr nahe mit verschiedenen Abteilungen zusammen, wie zum Beispiel das Wochenbett und den Gebärsaal. Das finde ich sehr interessant, weil man auch einen Einblick in andere Abteilungen bekommt. Unsere neue Abteilung hat eine moderne Infrastruktur. Auf der Neonatologie arbeiten wir mit dem Bezugspflegesystem. Das Tolle finde ich daran, dass die Menschlichkeit bei dem Ganzen nicht verloren geht. Ja, die Kinder so zu betreuen, dass sie von Anfang an merken, dass es nicht einfach nur darum geht, dass sie irgendwie überleben sollen, sondern dass sie willkommen sind und dass wir sie behütet und auch ein Stück weit beschützen, bis sie dann nach Hause gehen können. Freude und Leid liegen manchmal sehr nahe beieinander. Die Eltern der Frühgeborenen befinden sich in einer schwierigen Lebenssituation. Dass wir sie angemessen unterstützen können, braucht es von unserer Seite her sehr viel Einfüllungsvermögen und auch sehr gute Wahrnehmungsgabe. Die Frühgeborenen können sich nicht ausdrücken und aufgrund ihrer Unreife kann sich ihren Zustand sehr schnell verändern. Und das setzt voraus, dass wir sehr schnell reagieren können und dass wir auch ganz gute Beobachtungsgabe haben, dass wir darauf eingehen können und ihnen helfen können. Das macht unsere Arbeit hier auf der Neonotologie so besonders und so spannend und auch sehr anspruchsvoll. Das Universitätsspital Zürich bietet vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, auch Pflegeforschung und Entwicklung. Wir haben verschiedene Fachgruppen und arbeiten mit diversen Praxiskonzepten. Was mir ganz besonders gefällt an meiner Arbeit auf der NEO ist, dass ich in meiner Funktion die neuen Mitarbeiterinnen begleiten und unterstützen kann, in ihren ersten Tagen und Wochen, wo sie bei uns sind. Für unsere Teams suchen wir aufgeschlossene, teamfähige und sorgfältige Mitarbeiter. Du sollst selbstständig arbeiten können und eine gute Portion Einfühlungsvermögen haben.